Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Miss Reality auf der Grünfelder Land. Unterwegs mit dem Weihnachtsgeschenk, einem Tatra LKW mit Zugmaul, den wir sowohl als Zugmaschine, Volker Vauna, hallo. Stefan, ja. Hi. Also, das mit den Geräten, die zum Verkaufen, die fahr jetzt alle einzeln runter zum Malen, zum Verkaufen. Okay, frag mal den Wim, der hat einen Tieflader. Vielleicht, entweder kommt er zu dir hoch. Ich hatte mir auch schon mal gefragt, ob ich ganz kurz, weil ich ja hier einen Anhänger transportieren wollte, ganz kurz, um mein Schafmus jetzt schnell zu verkaufen, wollte ich mal ganz kurz ein LKW ausbogen, dann hat er direkt gesagt, ja, 20.000, dann darfst du für eine Runde fahren. Ja, der und sein LKW. Ich fahr mal grad zu ihm und hol den, hol den Tieflader. Noch hab ich nen Dolly, den hab ich ja jetzt von den Blaubeeren jetzt bekommen. Ja, ich hab nen Tatra, passt schon. Okay, und was dann noch wäre, die zwei Oldtimer, die krieg ich nicht los. Ja, dann stell sie dir in die Scheune. Ja, dann ist es halt so. Ich hab' jeden gefragt, niemand will. Ja, vielleicht irgendwann mal. Ja. Ist halt, wär' halt nochmal schönes Kapital gewesen. Ja, wenn ich mal gucke, so jetzt vom groben Auge her, wär' zum Beispiel der große Grüne, der Petro wär' noch knappe 20.000 wert. Mhm. Und der Kleine, der war noch knappe 30.000 wert. Ja. Also, du solltest halt gucken, also als Hoftraktoren kannst du ja immer noch benutzen. Ja. Und wenn du längere, größere Sachen machen musst, dann ist der Fendt, glaub ich, schon nochmal besser. Ja. Dann bin ich bei dir. Ähm, ich komm' dann zu dir hochgefahren. Ja. Bist du bei dir am Hof? Äh, im Moment grad nicht. Ich bin, ich bin gerade am Wasser, äh, also an dem Fassweg fahr' ich jetzt zurück. Genauso wie, was ich noch vorne dran hab', das, äh, liefere ich noch ab. Dann hab' ich noch schnell einen Dolly wegfahren. Mhm. Und danach bin ich oben am Hof. Aber, wo hast denn du einen Dolly stehen gehabt? Äh, vom Blaubeeren. Ach so, nicht dein, nicht deins. Nein. Ah ja, okay. Gut, passt. Gut, ja. Dann sehen wir uns später oben. Ja. Tschö. Ja. So, jetzt ist nun die Frage, wo der Tieflader steht. Ich sehe nämlich keinen. Äh. Klingeling, 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 klingeling. Jo, wo steht denn dein Tieflader? Mein Tieflader steht, äh, ist am LKW dran. Wo ist dein LKW? In der Halle. Ne, in den Drescher in der Halle. Ah, okay. Ich wär, ich wär jetzt sowieso auf dem Weg zum, äh, Hof gewesen. Ja, ich wollte mir den Tieflader ausleihen, damit wir dem Müller oben die Sachen schnell wegkriegen. Alles klar. Der steht nämlich jetzt, achso, warte mal, ich wollte dir noch Gehalt überweisen. Oh, und dem Jürgen muss ich auch noch Geld überweisen. Aua. Ähm. Viereinhalb. Und dein Gehalt. Gut. Ähm, jetzt bin ich aber gerade nur am überlegen, wie machen wir das mit dem, achso, du musst ja noch Kredit bezahlen, gell? Mhm. Wie schnell bist du da? Äh, gib mir jetzt zehn Minuten. Na dann. Koppel ich kurz um. Alles klar. Ähm. Ähm, der Müller, der wird auch ein bisschen bei uns dann mitarbeiten. Alles klar, kein Problem. Aber das, äh, äh, ich sag dir, ich, äh, kann ich dir das erzählen, wann Müller, äh, Lukas war? Erzähl. Äh, Lukas nicht. Der Stefan Müller. Ja, ich wollte dir gerade mit dem, äh, Lukas erzählen, warum der jetzt, äh, auswandert. Ja, sag mal. Also. Das weiß mir egal. Also, er hat die Gemeinde um 4000 Euro verarscht, betrogen. Hat mehrmalige Flucht plus Verkehrsunfälle verursacht und hat jetzt gerade, warum der Herr Jäger ein Gips trägt, den Arm gebrochen. Also schwere Körperverletzung. Ja, dann ist es halt so. Wenn das Gesetz da nicht den, äh... Vor allen Dingen, vor allen Dingen hätte der nächste Woche die Verhandlung gehabt, aber jetzt wandert der ja aus, also, pff, hinfällig. Ja, ist dann nicht unser Problem, ne? Nö, würde ich gerade sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere... Die hast du gerade, äh, Nord-Süd? Nord-Süd-Aqua. Ja, Nord-Süd-Aqua, kümmern. Dass die aufrecht baut, das. Ja. Somit haben die Blaubeeren auch etwas größere Konkurrenz. Äh, ich hab den... Ach, das sieht einfach viel besser aus, ey. Also, dein LKW, der ist gut für den, äh, Viehtransporter, muss ich echt sagen. Sieht schick aus. Wie gefällt dir denn dein LKW? Ach, der ist Hammer. Ich mag die, die hintere Lenkachse und, also, ich mag den Täter. Ich hab da mal bei dir den Viehtransporter dran gehängt. Vielleicht kannst du dem, äh, Müller auch die, äh, Viecher hochfahren dann irgendwann später. Ja, ich guck, dass ich dem erstmal seine Schafe hochfahre und mir dann meine Schweine nach und nach hol, dann soll der Stefan mir mal das Geld überweisen. Ja, das klärst du ja am besten mit ihm direkt, oder ich sag's ihm, wenn ich dort bin. Kannst du erstmal vorschießen, kriegst du ja zurück. Ja. Gut, bis später mal. Bis gleich. Ich glaube, man kommt sich jetzt gleich entgegen, glaube ich. Ciao. 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 Da haben wir nämlich jetzt mit dem Tatra einfach eine leistungsstarke Zugmaschine, die vor allem auch eine gewisse Geschwindigkeit hat. Und singen. So, dann werde ich ihm wahrscheinlich das Zeug schon zum Teil einfach verladen. Sollte der Müller noch nicht da sein. Ich weiß nicht, Leute. Manchmal gibt's so große Schlaglöcher. Und manchmal läuft's einfach. Sollte der Müller noch nicht da sein. Ja, schrecklich. So, wie gesagt, wir gucken, dass alle drei Höfe am Laufen sind. Volker Waruner, hallo. Hallo. Hier ist Rezex. Ich wollte fragen, was du überweisen willst für den Drescher und so. Du hast gesagt, dann, wenn ich zahlen kann. Und willst du diese Woche nichts bezahlen? Gucken wir mal, Ende der Woche. Okay, ja, ich hab's auf dem Schirm. Tschüss. Tschüss. Was ist denn das, ey? Der hat gesagt, dann, wenn ich zahlen kann. Nicht, wann er Zahlen haben will. Dann, wenn ich zahlen kann. Und ich weiß nicht, wenn ich zahlen kann. IchPodke, dann, wenn ich zahlen kann. naja, soll er mal gucken, vielleicht überweise ich ihm auch, also mir gefällt ja nicht, dass er jetzt so gierig nachfragt. Von dem her gucke ich mal, vielleicht überweise ich ihm einfach den ganzen Scheiß, so schnell wie es geht. Dann habe ich nämlich den Posten einfach los. Ich muss nicht mehr daran denken, dass mir irgendeiner irgendwann bald wieder im Nacken sitzt. So, liebe Leute, aber das war es auch wieder für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.